starte ich jetzt auch und damit bekämpft meine grafikkarte jetzt ein bisschen mehr so was ist überhaupt ein power-up okay ein power-up dingsi power-up dingsi jo frage ist ruhig immer kennst du das spiel eigentlich hätte ich für die phase jetzt den chat einlernen müssen damit denn es nicht meint ich will ja wissen was im chat los ist wir warten und bereit drucken danke du bist der einzig bereit geklickt hatte die strecke nach nach die aus sogar das ist auf der strecke musste ich haben für das renntags video muten an eine stelle und mit ki könnte man ja vielleicht doch auf teamspiele irgendwann umstellen keine ahnung hast du letztes mal sogar gesehen okay ich habe auch schon ein bisschen mehr ruhiger dann habe ich zuletzt gespielt das ist schon ein bisschen freut über kassler switch und switch und die bitrate freut sich gerade richtig darüber die mühle die markt das gerade weil ich habe die kai immer herz wo fahre ich denn lang na ich wollte bei den lirut ausrufen aber den habe ich nicht gut überlebt ich bin gerade komplett irgendwie vier bis sechs wochen so lang schon so peperoni kann ich haben eigentlich bin ich komplett brauche ich habe fast vier stunden lang mit was bieten das wort der pp gehalten spielt vier stunden du warst irgendwann weg ja mein neuer nur weiß man aktuell ja leckles gegner ist wain cooper woher kommt wain cooper wenn du es weißt oder von close tweet naja gut das kann ich nicht können du weißt ja wie sehr mir dieses spiel gefallen hat das war ich ich weiß ich habe uns hier über gefahren was man darf ich bin die vorgeletzte die ganze zeit sogar nur noch durch geht ins öl das könnte meins gewesen sein das ist doch einfach was da steht ja das sind mehrere öl fälle zu viele sogar das war das war deine mine reihe wird ich gerade mal voll mitgenommen und ich habe eine kai ist gerade in meine meine reingefahren jetzt bin ich in die kai von der kai genau ja hier satz beenden wir schön und sonne also die kai hat mich komplett richtung wand gedreht die will nitro haben wahrscheinlich für rahmen gibt es auch nicht die hat mich komplett gegen die wand gedreht die will nitro haben und deswegen dringt sie mich richtung bunt oder was ja klar damit du hast du nicht so bekommen den muss ich da jetzt noch beobachten die ist noch nicht drin und wieder ins öl gefahren ich komme hier einfach gegen die kai nicht an und habe ich da mein gott ja man fragt manchmal zu viel rohgamer oh jetzt geht's los knockout ja nein also ich kriege gerade schon wieder zu viel an minigun oder kathiosha ich bin unsicher ich nehme kathiosha du und deine ja bei solchen normalen rennen weiß man das nicht so recht aber mal gucken die sind anders gebelangst im normalen rennen das beste ist noch ich sag so aus spaß zu ihm wenn du den part so nicht nennst disliken das war rein spaß und das weiß dennis auch und was macht er er nennt genau den part so ach war das die strecke mit dem massiven cut ich glaube ja ich glaube die hat einen ganz großen fetten dicken geilen cut dass man alle haarnateln überspringen kann muss ich mich mal auf die suche machen ich glaube das war die strecke aber damit hatte ich dich voll halt auch auf den titel gebracht so wie es aussieht war ja er war nicht schlecht dabei habe ich es echt nur aus dem job gesagt weil dir ist doch klar dass safe nicht disliked oder natürlich nicht aber das ist glaube ich schon verkehrt weil die sind dann aber wo war die abkürzung verdammt ich bin mir sicher die strecke war das schön wenn ich jetzt schon doppelte schaden sammelt so noch nicht mal schießen können jetzt geht es los jetzt geht es los ich glaube man spürt dass es los geht wo ist das die ah what the fuck lass mich doch mal in die abkürzung reinfahren hallo 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 ähm ich würde gerne mich resetten ich kenn die reset taste nicht das geht sowieso nicht geht sowieso ganz schwerfällig ach komm was ist denn das die abkürzung so verbringt sie mir auch nix ich seh nix mehr ich weiß nicht wo ich bin scheiße ich bin hier die abkürzung gefahren was macht hab alles mitgenommen dann bringt es natürlich nicht viel ich brauche Munition ich habe eine KI gekillt okay ah da war Munition ich brauche sie einen Schuss nur im Ernst wie geht es HP zufrieden ich sehe nicht jetzt habe ich doppelten Schaden aber keine Munition so ah ah nee ich habe noch ähm da hat ich was da hat ich was get off my ass waah pavaroni will die abkürzung fahren Alter dieses Gehupe von mir ich muss diese scheiß Huptaste langsam ausbauen ach komm die scheiß Taste die Baumstämme komm her wehwitsch oh scheiße die darf gehen Alter was ich berühre dich und dreh mich komm äh um 360 grad ne nicht man wirklich grad ich habe kein Gehtraum bin ich durch nein nein aber ich fahr äh dieses Gehupe geht mir so auf den Sack bei mir langsam ja ich bin sowas von ja damit bin ich tot egal was ich mache weil ich bin wieder an einem Reparator-Kit vorbei gefahren ähm du hast ja zwei Runden noch oh scheiße Alter wo fahr ich denn hin ach kotz alter wirklich ich fahr jetzt ich fahr wie in Most Wanted überall nur noch gegen oder was ja abkürzung zwar jetzt nicht gefahren aber hier gibt es Munitionspacken das ist natürlich auch ganz praktisch hallo Wanz was? wir haben einen Knocked Out? ja sicher schön zu wissen das wusste ich nicht mal du hast nicht gesehen dass sie draußen waren? ja da habe ich nicht drauf geachtet dennis ja du weißt dass du gleich raus bist das ist halt wenn ich schieße Peperoni ab dem geht es nämlich nicht mehr ganz so für den Peperoni ah Juri holst du mir Just like Christmas jetzt musst du nur gucken wie du an Juri kommst und das schaffst du nicht mehr nee da bist du du bist Out mit bei Dennis das ist doch mal fahr doch was fällt ihr denn jetzt an jetzt hat der Juri gewischt ja du bist gleich getnocked out ja Juri ist weit wei aber ich habe lange durchgehalten sagen muss man ja aber ganz so weit war ich nicht weg die abkürzung hat ein bisschen was gerettet aber naja keine werfen das ist das traction derby es aber auch sonst keiner mitfahren will nicht vor speed fahren aber sonst nix ich habe heute gemerkt das haben wir ja gemerkt ich wollte eigentlich irgendwo spielen hätte ich wollte dass mehr leute spielen hat sie mich gefragt dass wir zwischen weiber racing und hauptbörse 2 geredet deswegen diese spiele die nicht nicht so ein bisschen sondern was anderes und tatsächlich in tr eher besser laufend gucken was da ja so lange zwei fässer na danke aber hier schon mal 20 schaden und umgewegen fässer super ich mache mich wegen jahre ich war ich habe fertig also ich fahre an den leuten vorbei wirklich ich habe bis jetzt nur schaden genommen weil ich gegen die wand gefahren bin ich habe schaden durch fässer genommen 40 prozent also ich fahre nur an den leuten vorbei sind drei leute was mache ich genau dann vorbeifahren ja das kann ich auch am besten und ich bin fast tot ah ab nochmal das nicht doch mal feberon schiffen in drei autos und feberoni erwische ich dadurch nicht ja ich kenne das jetzt hat es hat eine andere krii feberoni getötet das ist super wow ich habe eigentlich einen gerammt äh wir sind wohl noch einmal alter drei leute und ich fand alle drei vorbei dieser modus so ekelhaft und zwei leute und ich fahre alle beide vorbei ja klar drei leute und ich fahre gegen den fosten du werde komplett zappt alter hallo hallo dürfte ich jetzt auch mal wieder gerade ausfahren nein darf ich nicht die kai will das nicht also ich lenke ich lenke aber die kai gibt ein fick da drauf die rammt mich gerade komplett ich habe einen der hat gerade komplett auf mich abgesinnt bei wem höre ich mich eigentlich muss ich mal doppelt von mir dann kriegst du mal gefixt also wirklich ja ist jetzt doch in ordnung man hallo du hast wenigstens schon punkte ich nicht ja es ist nur schön wenn die kai ein ich fahre nur rum für nix und wieder nix hier will ich nicht hin können wir mit wandersen aber alle haben schon punkte und ich hab nix ich bin gleich schon wieder tot ach ich kotze meine güte ich habe übrigens jetzt die kai an mir kleben die raffig jetzt durchgeht ich weiß nicht warum die kai so bescheuert ist bei einem so kleben bleibt 80 putzer kam ram 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 das ist immer das was die kai gerne zu ja ich habe nicht verfehle sie halt immer und jetzt kriegt wieder jemand anders ich kriege ja nicht ein einzigen kill zustande irgendwie alter hört doch auf auf mich nur zu fahren alter die kai geht mir so alter diese kai geht mir so auf die eier so auf die verfickten eier uhr das sind andere die andere mit niedrigeren zahlen guck mal da ist einer klären wir haben noch mehr ram damit habe ich die kai jetzt haben wir kleben macht wirklich denn es ziehst du wirklich an mir weg hi kai ja komm noch mal kai du hast doch spaß da drin ja ja ich kann nichts mehr machen auch warum ist sie denn den roten fässern da ist er jetzt hingefangen du wirst aber die meisten hat das nicht so ach was was hat der jenina klebt mir wieder am arsch wo ist hier los jahr wieder drei leute und ich fahren alle drei vorbei rege schliegt der modus ja wenn wir es mir wenn mich nicht die da auf die kai abpacken würde wäre ich bestimmt auch weiter ja ich werde gerade gesendet wird von dem kai das ist scheiße ich drücke jedes mal rein da wurden auch kai lasst mich doch endlich mal drehen wie kann die denn so auf auf den spieler so konzentriert sein ich habe irgendwas das kannst mich langsam an und jetzt sehe ich keinen mehr wo seid ihr denn alle ich habe gerade welche gesehen und dann waren sie weg hier sehe ich wieder welche auch ja ich fahr wieder mal vorbei ja hallo ich hasse die kai endlich mal ich bin dank der kai schon wieder fast tot nee so fühlt sich das übrigens an wenn die kai einer an sich geben hat cool oder das ist wieder so da konnte ich ja da konnte ich nichts machen ich wollte ein lenken die kai hat sich und ich will nachdem wollte ich haben schade dann hätte ich mich noch ein cool gehabt wenn die schenke für dieses game so sehr habe die kai mal wegfliegen lassen also wie kann das sein drei leute die ziehen weg dass ich dann vorbeifahre auch kommen machen sie es noch weiter bin ich raus auch lecken was soll das denn ja man wird sich fühlt sich das an wenn die kai auf 1 abgesehen hat ich habe fast zu holen oder so fühlt sich das übrigens an ich wollte eigentlich sind dann langsam gebrochen wieso denn fast hat er dir den gegeben weil ich ihn gekillt habe vielleicht ich doch auch ich glaube ich habe halt den final ich habe den final der mitscheid gemacht da muss aber eine millisekunde inzwischen gelegen haben aber die kai hat es ja komplett online das war mal ein deathmatch vielleicht kommt der kirche dazu ein deathmatch die kai hat es richtig auf einen abgesehen ich dachte ich rede mal lauter damit ich auch mal durchkomme weil ihr nur am reden seid ja dann direkt los würde ich sagen klar der komischen map ok kircher den wirst du hier nicht herankriegen ich will ich auch gar nicht hierbei haben 3 ach so gleich eine runde dann was eine runde dann wir haben wollte meine mutter kurz wie? du haust gleich schon wieder ab? nur ganz kurz ich habe nur die schaden gefressen hier ja ich ich auch die runde dann wieder auf der reparatur trefft so jetzt die runde los oh da ist doch einer ach was hat dennis wieder für eine waffe ne nuklear bombe die keine munition mehr hatte bei der schluss annehmen gefeuert hat das war dein glück ach man anstatt zu flüchten dann ich fahre voll gegen eine band ich hasse dieses game eigentlich wirklich nein er kann wo meine mina zugeschlagen diese scheiß super ich werde gerade komplett gefokust lassen schaden von irgend so einer scheiß also und dann komm hier bringe ich um anstatt einzubiegen falls lieber gegen der wand ich habe mit einer mine eingekillt und wieder es wird auf mich geschossen ich war wieder gegen die wand ah brennt granate ja natürlich ich schieß ich bin voll live schießt auch dich du bringst mich um oder was dumm wie dumm ist das denn der kill assist hat mir ja viel gemacht und anstatt zu schießen wieder noch nie zwei Sachen und ich krieg'n wird wieder angeschossen komm schon verschwinde du ja schön am reparaturkip vorbeifahren ja klar ich habe nur ein klusses gekriegt obwohl ich auf dich geschossen habe ich hasse dieses spiel ich hasse es ja klar wer hat man wird jetzt gekillt natürlich vergisst es wer auch immer möchte ich ich kann halt nicht flüchten ich bin zu dumm dafür ich will flüchten ich fahr lieber gegen bände anstatt zu flüchten was anderes kriege ich nicht hin was anderes kriege ich nicht hin um diesen drecks game okay ich habe mich gefolgen hier unter dir ich habe keinen bock mehr mehr das anzutun so jetzt ich habe die falsche taste gedrückt wirklich gut dass ich eine taste für sowas habe glaubt mir das ist mir klar weil ich ja erstmal mich um das kümmern muss ich habe kaum die flagge war ich direkt wieder tot oder was ja das ist hier gerade ein fliegender wechsel ja ich weiß ich habe gerade ein fliegender wechsel ich komme hier leider gerade nicht zu euch weil wenn du die nicht zerstörbar sind sind warum ist diese stelle ist diese map eigentlich so weihnachtlich stimmt das ist ein der christens ja ho 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 und so oder die sonn dlc auf die map hier ja ho 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 und so also das ist hier ein dauerhaft fliegender wechsel wirklich auch katja cool wer möchte die abbekommen du es vielleicht nein ich habe die flagge nicht ach so wer hat sie dann der type drüben die drüben geschenke aus der behagelte wieso schießt die kai mich an ich habe die flagge nicht ja weil das kai ist stimmt da war ja was ich hätte auch geschossen ich sehe nichts mehr hallo hallo ich habe keine munition ach ja ich hab mal wieder die typische nukle bezetze ja dann fahr ich halt nicht da hoch dann fahr ich lieber runter das ist ja mal eine waffe die man auch lieb haben kann ja natürlich ich habe eine waffe und nicht mal munition oder was ich habe ich habe ich habe ich habe den typen mit der flagge vor mir und was ist ich habe keine munition was ist mit der flagge ich hatte den nein ich hatte einfach hat ihn vor mir wollte schießen was mache ich jetzt mit der flagge ich habe mich gerade nach dann muss ich aber damit machen oh ja macht es auch ja klar ja fahr doch endlich danke nicht darüber so geil finde ich die regel kann aber nicht mit das ist ein richtiger fliegender du bist eine mine das ist so nervig das ist ich glaube wir werden der modus läuft auf zeit kannst du sagen dass der ein supotolo ich möchte mich doch warum fahre ich denn die ganze zeit man dann 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 jetzt der ist weggefahren was ich gesehen habe dass du die flagge hat ist nicht abgehauen dreh dich um mercedes ja natürlich klar natürlich wahrscheinlich wahrscheinlich ich schieße und mache keine schütze wo ich schutz habe was dann das sind muss das wohl nachladen dann auch natürlich ja fahr doch rückwärts das wird die flacke ja die flacke kai hat also hallo hallo aber doch zur flacke die ist ganz schön böse zu mir wenn ich die flacke habe meine güter die finden das gar nicht gut also ich habe das nicht du dumme k.i. kapiere ist doch ich kann da nie nämlich mit 95 live kill und das bestimmt kriegen wir sofort wachen sind unterschiedlich gibt längst zwischen der smith und normales renn auch ja meine ich fahre nicht rückwärts lieber weiter vorwärts die ki ist an mir vorbei aber ich fahr lieber weiter vorwärts vorwärts ist geiler als rückwärts um niemanden zu gehen und gegen die wand fahren ist auch geiler um mich von jemanden killen lassen der scheinbar die klage nicht hat ist auch geil nach der schild scheife dennis wofür killst du mich und nicht die ki ich hab sie mit dieser logik mal erklären ich will die ich bin und du bringst eher mich um bist du jetzt auch keine oder was bist du auf einmal ich habe doch die flacke die war bei dir aber mehrere leute ja warum nicht deswegen kennen wenn du damit drin stehst kann ich gar nichts mit der tür steht hier auch das team macht das gleiche warst du gerade im sichtfeld haben jetzt wenn wir das wenn das ja scheinbar alle zu munition wenn man also mit wohl aber irgendwie ich alle sammeln ich alles eine keine money ich habe keine money weil ich ja keine so money einsammeln ich sag ich sammeln alles ein und fahr gegen wände als erfahrt auch ich will money einsammeln hallo da ist oder auch nicht durch die money kiste und sammeln sie nicht ein was auch immer das so eine logik ist wir haben mit zwei schuss bin ich voll ich habe genau zwei schuss ich bin voll logisch denn es ist schon voll das war auch über mich zu killen daneben der stadt ein autor der die flacke hatte wenn du davon mit stehst kann ich auch nichts das ist das behinderte spiel überhaupt ich verliere echt wirklich immer mehr die lust nichts was was gibt es dort oder was zählen wo war das was ist das noch einer hallo bin ich hier gerade gegenwände hallo danke für die nicht beantwortung wie war die frage ich habe gesagt wo gibt es das watmeer noch mal nord oder ostsee das war's ja weit weg von mir ich weiß es halt gerade selber auch nicht deswegen klare ich ja aus welcher von neun schweiß ich fahr da noch gerade aus habe ich bin so Ach, da redet er wieder mit einem! Ich hab voll was gefragt und du hast nichts mehr gesagt! Wer ist das da? Ich bin der Boden. Ich bin der Boden. Ich bin der Boden. Der Rass ist Gratis. Ich habe der Weedwerker. Ich bin der Boden. Was ist das eigentlich? Knock-out oder nur normales Fahren? Knock-out, ich bin schon draußen. Battle ist das. Aber ohne Respawn. Stimmt, das musstest du beim letzten Mal in der Boot nachfragen, ne? Ja, kann man einstellen, ob Respawn oder ohne. Aber grundsätzlich ist das ohne, ne? Je nachdem, wie du es halt initial einstellst. Ich meine, grundsätzlich. Ach, come on, ich fahr voll gegen ne Wand. Die schauen's dir jetzt hin. Ja, ich werd da da gerade gekillt, weil... Und von der Tür an da. Anstatt richtig zu fahren, war ich lieber gegen Wendor. Und zwar will mich jetzt der umbringen, den ich umbringen wollte. Schießt den da hinten? Ja, warte, lass mich die Taste kurz rausfinden. Ach, keine Ahnung wie die ist. Ach so. Immer noch nicht nachgeguckt. Nein. Natürlich nicht. Dahinter dir ist jemand, der schießt auf dich und dann noch keine Waffe. Ah, ich weiß. Das ist der, den ich eigentlich fast gekillt habe. Aber mit meiner... Kurz abbremsen und den killen und fertig, oder? Ja, der wird Full-Life sein, denk ich mal. Ah, Diotif muss kein Leben. Ich hab nur noch. Du bist das aber nicht. Der Termin ist das, das ist der Jedi-Typ. Ach so. Du machst jemanden anders und so. Och, leck mich, was ist das denn? Häuser ist er vor dir. Ja, jetzt muss ich mit deinem Team weg. Ja, mit meiner Fahrt, Elisa, verliere ich das sowieso. Guckst dir doch mal an, wie ich hier fahre. Hätte er noch nicht so versteckt, dann verbrauchen. Aber Gott, was mach ich denn hier von der Schuße? Guck, ich weiß. Aber ich bin der Erste. Mal gucken, wie lange. Na, das wird's nicht wohl. Verauf hinauslaufen. Das ist wohl. Bei meiner Fahrt, die Wiese? Bin mir nicht sicher. Bombs. Wiese, so fährt man nämlich dann. Schön quer. Ja, ja. Damit andere Leute die Chance noch haben, fährt man lieber richtig Richtung Rand. Ja, wir beiden sind die einzig übrigen jetzt noch. Aber du wirst vielleicht gewinnen, wenn du durchkommst. Ja, ist durch. Nein, hat nichts daran, dass du mit Bonus trotzdem Erster bist. Ich hab das ganze Feld abgeschossen. Deshalb. So, was haben wir jetzt? Ein klassisches Rand. Nämlich auch den Shacky Python wieder. Der gefällt mir eigentlich ganz gut, so wie er ist. Wir sind ja schon fast durch. Wir sind ja schon fast durch. Wir sind ja nur auf 8 gemacht. Ja, wegen den. Aber wir müssen dann mal gucken. Auf seinem LKI kann man ja auch Teamspielmodis mit reinbringen sonst. Das Ding war doch, der Public Seller war doch immer auf Team gestellt. Ja, aber ich hab das erst nicht gemacht, weil ich jetzt nicht wusste, wie viele kommen. Ist noch Dachbier, okay. Alter, hallo. Hör auf mich drehen zu wollen. Au, 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 au. Die Strecke hatten wir auch beim Grenzhaft gehabt. Ui. Was ist los? Der Sprung war zu aggressiv. Ich hab in der Palme geklatscht. Hi, Dennis. Nein, natürlich nicht eher die logischere Lute. Logischere Lute. Logische Lute. Wieso will ich mal Lute sagen? Kann ich das doch mal endlich hin? Ich will Rute sagen, eigentlich. Aber mein Kopf sagt, wenn du logisch sagst, musst du Lute auch sagen. Logische Rute. Jetzt hab ich's. Oh, was ist das denn? Was hast du da denn? Ah! Ja, darf ich mal Riespawnblätter? Danke. Ja, natürlich. Wo bist du denn? Warum dachtest du? Wand ist geiler. Keine Ahnung. Ich weiß grad selbst nicht, was ich hier mache. Ja, das weiß ich auch nicht, was ich hier zu war. Jedenfalls! Nein, nein, au, au. Dann ist das Gestrüpptes mal höher als beim Renn-Tag. Alter, hallo! Ach, komm, ich weiß nicht. Ich sehe mich ein Gestrüpptes. Das Auto muss tiefer sein. Oder das Gestrüpptes höher gewachsen. Genau, jetzt plötzlich. So ganz, so mir nichts, dir nichts. Hallo, in die Richtung bin ich gar nicht. Wieso gelingt mir kein Sprung mehr? Ja, witz, was sollte das? In die Richtung wollte ich gar nicht fahren. Fahre ich mir jetzt grad von der Scheiße zusammen. Elegantart. Die Beine fast berührt. Aua. Es ist immer schön. Da ist ein Jump, du kannst nichts mehr machen. Ich habe nichts. Nummer 60 live. Okay. Ich weiß nicht immer, wo du stehst. Wow! Nein! Okay. meine letzte runde war aushaltbarer habe ich dir irgendwann den zweiten platz aber warum habe ich einen höheren bonus als ihr mercedes wo ist mein mercedes ja so bleibt das genau ja das wird wahrscheinlich ist unschaffbar weil er von acht spielern ausgeht aber mal gucken was ist das denn zombie kurz noch verschluss zur weise ja hat sich der random damit damit zu ziehen wird damit wird dann der rest wird das hätten wir doch mal alter an die lange wieder aushalten selbst ich mache hier noch nicht noch weiter jetzt reg ich mich noch heute zu sehr hoch klappt mal die bauern sich fällt ich hoffe die kai ist wenigstens so schlau und schießt nicht auf uns oder ja manchmal nicht so sicher was sie macht geht es über nee geht nicht äh i don't know wir nehmen wir eh keinen fachsschaden ja aber du weißt ja wie wo schalt die kai eigentlich ist das wege meine ich das heppchen kreis hi dennis oh da kommt ja schon jemand was meinst du wie viele waves halten wir durch drei fünf je nachdem wie die gut sich die kai anstellt ja ich will was machen und du fährst mir von ins sichtfeld dazu kam er nicht mehr ja was sollten das okay dann fall ich halt in die anrichtung ich wollte halt hier hin ja und das hast du mir dann auch gleich damit befohlen ja ja hast du gesehen wie du mich gerannt hast plump plump aber dann haben wir die dritte welle und wir sollten dann aufhören weil wir weiter wollte dann nur dass wir drei welten schaffen ich lasse ich lass mich da mal jetzt umbringen ja mein auto ist voller weiter alter welt sit los ja du blöckst mich voll beim weg die eigenen jetzt nicht zum richtig machen der kai macht es ganz wieso darf ich eigentlich nie irgendwo lang denn es hat jetzt wie jedes mal die koste auf einmal über die drücke geschossen das hat mir gerade schon ich darf nicht vor allem denn es entscheidend wo ich dann muss als er ki block mich da nicht beim fahren traurig dass die kai auf platz 2 ist ich stelle dir vor gut die sonst sitzen würde vor über die die kai strecke ist auf mittel das ist mal wieder interessant alter es wird gesagt ist auf mittel und er fragt wegen der kai es gibt hart extrem und unmöglich noch und die steht gerade mal auf mittel gegen unmöglich kommst du nicht mal an schwer schaffe ich einen normalen renn noch aber dann wird es kritisch was machen wir eigentlich falsch wir kommen in die vierte bälle mann jetzt lass mich doch noch mal fahren wer rappt mich denn da kai hier entlichten raketenwerfen die würde ich gerne haben ich hätte auch nichts gegen eine andere waffe wow wir haben die fertig ist wir haben minigun und raketenwerfen sind da ja nö ich sehe die nur moni 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 jetzt muss erst mal auf den respawn warten ich würde es mal vermuten wir einen normalen shooter mit 30 sekunden aber nur in der vermutung kann auch anders sein nur vermutung ich sehe hier echt nur moni auf dem kompletten map holy shit aber wir haben die explodiert danke mavich danke ich will von dem explodierenden weg was macht mavich schubst mich richtung den explodierenden ja gut war das sind bullen zwei bullen vier bullen alter lass mich doch endlich mal weiter fahren mann großer 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 komm 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 bitte ich sehe irgendwo eine waffe und müssen wir erst mal wieder voll machen mann mann ja dann ziehen wir auch ganz gut fahren na gut die schadensmultiplikation sind höher weil wir acht leute sind ich komme einfach immer ich darf ich komme nicht bei der waffe an leider jetzt ist sie auch schon wieder weg ich versuche die ganze zeit zur waffe zu kommen gut was ist ich finde den scheiß weg nicht da so 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 was dick ist es da hinten noch ja ich wollte gegen den dicken und dann hat er mit einem anderen den schon gekillt so von mir aus kann ich zur nächste waffe kommen dann lass sie mich zur tanke fahren mann so so wir dürfen nur die fünfte Welle dann überleben ja genau dennis na mal gucken vielleicht schaffen wir ja ein bisschen mehr jetzt wir haben zwei live aber wir haben KI ist man leider dazu sagen also hier springiere und jetzt wandelt oh und jetzt rausk Football hier dreh dich auto haben jetzt gerade drei leute auf den fetisch schießen wollen auch meine fresse kai Ich werde mich die ganze Zeit verfolgen. Ich werde mich gerade... So ein Büffelfieger... Da ist ein Raketenwerfer bei Ray Witsch. Okay. Oh Dicke. Wir haben übrigens vier extra live. Mal gucken wie lange wir sie überhalten. Wusste Dicke, wusste Dicke. Tot. Also ich wollte hier nicht runter und dann gegen eine Bahn fahren. Ich denke mal die Map wird noch ziemlich intensiv später, weil die nicht so weit wird. Da steht die dann runter. War die nicht auch nur so? Ne. Ich meine die war da auch nur genau diese hier. Er hat dann ein bisschen mehr Platz gehabt. Nein, nein. Aber doch, doch. Nein, nein. Ich meine diese Map hier war das wo. Ne, nein das ist ein anderer. Das hier ist Castlevania und wir hatten ein Winterschloss gehabt. Ach meine Fresse, lass mich doch fahren. Das passt schon wieder ja. Ach das ist das? Ach das ist das, was ich hier in der Hand. Ach das ist das. Das ist ein kleiner Barsch. ja klar ich fahre da voll rein und stanken mini gun schiebt zwei stück von der hausse ich glaub die werden erst ab der 6 na anscheinend nicht ich glaub ich hab diesen einen down oder ich bin mir sicher ich würde mich überschlagen oh ja da sind wir schon keiner ahnung Och KI Was bei mir gerade die ausschauen ist, ist die KI ja immer wenn ich fahren will, haben sie immer noch ich glaub gar nicht wie frustrierend das ist was ja komm schießt ja ich mein du siehst doch wie viel ich versuche guck mal welchen platz ich bin oh wir sind zu weit äh wir dürften gar nicht in die sechste bestaunt mit die Waffe jetzt 6 wo ist ne Waffe da ach das ist nur ne blöde mini gun hier gibt es keinen ausgang ok hier gibt es keinen ausgang wo ist ne wo ist ne ich lieg grad auf dem dach ich lieg grad auf dem dach und ich komm nicht zurück weil ich keine keine bremse einsteig doch was ist mit keine bremse keine bremse einsteig da kommt drüber was ist das jetzt wir sind da nie rein gefahren ich bin gleich tot ich bin gleich tot was ist das scheiße ich will ich bin gleich und ich bin gleich verlieblich warte ich bin gleich ich bin gleich das ist der 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 So, dann ist euch das klar. Ah, dreh dich um, ich würde die Knapp schießen können, sonst bin ich wieder gleich hinten. Ich dreh dich, Auto. Ich mach jetzt Moni. Das ist nicht doch hier fahren. Moni gefüllt, weiter geht's. Irgendeine Waffe muss man auch abschießen, oder? Eine Waffe, äh, ich hab gerade die Angegnung, die unsichtbare Waffe, das ist klar. Oh, hier ist nicht mehr Knapp, ja, Charon, und das seh ich jetzt erst. Das ist die Lieblingswaffe. Jo, jetzt haben wir gewonnen. Meine Waffe ist da. Das macht die Situation wesentlich besser jetzt. Dennis, love this weapon, aber so richtig. Mit gutem Grund. Alter, KI, K, alter! Oh ja, so viele Bullen. Oh, come on, no. So, jetzt dreht aber auf hier. Ich dachte, dass ich jetzt schon sechne. Oh, scheiße, jetzt können wir mal aufklären hier. Meinst du? Minigun-Fuzzi ist noch nicht da, oder? Das ist größer. Okay, ich bin Admin. Clouds, warte. Okay, was tun wir? Einmal bei Clouds. Ich war schon mal ein Mal dabei. Ich bin eigentlich... Wow. Ich habe ein kleines Problem. 63 HP. Okay. Oh, hi, Kollege. Ich glaube, das können wir sogar schaffen. Ich glaube, wir sind erst in der siebten Welle, Mann. Das muss noch nichts heißen. Ah, was denn? Oh, wir sind ja. Oh, wir sind doch tatsächlich. Oh, wir sind ja. Ach, was das? Ach, was das? Der Mini-Guntyp tritt mein Auto. Wenn du zu nah bist, ja. Wusstest du das gar nicht? Nee, ich hab mich denen noch nie suchtstark genähert. Quatsch, die Flexer, die man haben kann, nur in Kirschen, ich bin fett, ist schon beachtlich. Hohohohoho, hat er nicht gerade offiziell gesagt. Ja, guck doch mal. Sonst 11 wären wir es ja wohl schaffen. Und man weiß, dass es ab irgendeiner Welle richtig kritisch etwas härter wird. Ja, wir haben das letzte Mal aus einem Leben gestoppt, weil Kirschen alle verbraucht. Naja, wir haben, äh, nee, Liruti war der letzte und er hat es leider nicht geschafft gehabt. Jetzt kommt die nächste Welle. Er hat es bestimmt geschafft gehabt, wenn er dann nicht die Startmaschinen dann die ganze Zeit loslässt hätte. Er hatte ja nicht mal ne Taste dafür, um die Waffe zu fritschen. Naja, wusste sie nicht, aber Zahlentasten waren ja noch gebunden und dann konnte er ja Extend zum Ende. Aber da war es schon zu spät. Oh, dieser blaue Zwart war wieder vermerktet, aber sie gab es schon mal. Ja? Ja? Ne, dieser komische blaue, was ich zwart wäre eigentlich. Ob der, der immer irgendwie alleine was machen wollte da, ne? Der, der die, der nur Deathmatch spielen wollte. Und der lief das als wir dann noch Destruction Kirby hatten. Ja, solange wir nicht diesen einen Idioten da haben, der uns komplett die Lust gekillt hat. Weißt du noch, den einen Idioten da? Ich weiß nicht, wer das wie er noch heißt, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht. Aber der Spielmodus war zudem auch keine gute Kombination für so ne Stealth-Referenz, weil nur der Flaggensträgerpunkte machen kann. Hätte man einen Spielmodus gebracht, wo er das nicht nur mit Flaggensträgerpunkten machen kann, was so ne Stealth-Referenz war. Äh, fuck, ich hab nicht mehr viel Leben. Ach, mich hat dir grad so nen Fett hier umgespiss. So. Wir haben zwar zwölf live, aber ich... ...möchte noch nicht jetzt sterben. Du hast gar nicht hin. Äh, 13 live meinte ich. Oh. Der Ehrgeiz ist eigentlich gar nicht zu sterben. Deswegen, ja. Was, wer schießt dir? Wer ist das? Wer ist das? Da hinten. Da hinten ist problematisch. Why am I doing this? Das war nur aber. 19 Leben. Boah, das ist einigermaßen zu mir. Ach ne. Ich hab aber auch keine Muni gerade, ne? Ich kann grad nichts machen. Da. 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 Das ist so wie meine Waffe sein. Oh, das nimmt der Kaite wie meine Muni schon weg. Genau, wenn ich grad Muni sammeln will, habt ihr den letzten Gitterhaut zu fällen. Oh, da fährst du mit einer Waffe, kriegst du auch Muni schon für. So. Wenn du über eine Waffe fährst, hast du mit einer Muni schon. Ist doch eh neuer Wave jetzt. Night Wave. So. Neunter. Ah. Hier, ein Spawn-Toss. Oh, drüben. Da kommen wir nach. Wow. Oh Gott, hier ist Party. Mashed potatoes. No. Come on. No. Holy shit. Vier Milikern, Leute. Vier. Mit Bulle. Ich muss hier mal wecken mit so'n Schmaler. Ich hab nur mit 43 Life. Ich muss da. So. Ich will schießen. Ich wundere mich, warum ich nichts machen kann. Ja, mit Muni wundert's mich nicht. Ja, das geht schnell. Ja. Da hab ich auch viel abzuschießen lassen. Ich fahr mal mit Absicht gleich im Kreis. Oh, die steht praktisch hier. Oh Gott. So, wer will noch was? Wer hat noch nicht? Ja, noch nicht. Ihr auch nicht. Ihr auch nicht. Ohne Ende Richtig viele Zombies Ah, fuck, Moni Fuck, Moni Wo? Die lag doch immer so hinten dann ein Paket Na, wo ist das Paket? Nee Nächster, hättest du's gerne Nächster Why am I doing this? Uhh No I don't think it gets me so good This really divises me Ich werde gerade auch zerfickt, während ich mich hochheilen will. Ganz, ganz furchtbar jetzt gerade hier. Ich kann nicht tanken mehr. Mein Problem ist, ich bin mal wieder hier und kann nichts machen, weil ich keine Muni mehr habe. Ich hatte wieder Muni noch ein bisschen. Das war ganz gut. So, gut, jetzt geht es mir wieder etwas besser. Wenn der einen Ticken da noch mal los fährt. Ach, der will nicht laut ab. Ich habe 14 Leben, das ist der Wahnsinn. Und dabei spielen wir mit KI. So, ich bin da voll. Wie der Survivor-Modus mal wieder komplett in die Länge zieht. Wir waren unter einer Stunde. Geht relativ schnell diesmal, weil diesmal ist es eine halbe Stunde. Aber bei dem... Gestrigen waren wir schon bei 40 Minuten. Also wir sind... Wir sind am Töten heute. Wir haben auch keine Unterstützung. Wir sind am Töten heute. Wir sind am Töten heute. Wir sind am Töten. Wir sind am Töten. Ja, wow. Töten heute. Ja, wow. Töten heute. Jetzt wird es strong. Richtig strong. Wir werden jetzt richtig einen auf den Sack kriegen können, ne? Wir sind am Töten, aber... Wir sind am Töten. sind wir eigentlich bis jetzt jemand schon mal einmal gestorben also ich noch gar nicht ich auch noch nicht wow wow au ja ich mich halt in die richtung ist auch im ordner ja gut die munnen durfte ich nicht aber irgendwann wird ich in unserer gegend ich helfe auf die seh endlich oh das freut mich ganz so viele bullen für nette eskalation hier alter hallo 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 lass das doch oh come on no lass das doch alter mir geht es so relativ gar nicht gut ich versuche mich gerade nicht zu repairen aber ich krieg zuviel schaden ja hier ist auch echt flieg auf dem dach oh da haben wir drei vier von denen keine munnen mehr oh scheiße was um den zertanker ja da steht leider genau einer drauf ja wenn das außerdem nicht mal drehen lassen würde was da ist ja da 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 stand jedenfalls einer drauf ich glaube wir haben es geschafft sieht ziemlich ruhig aus hier victory 0 ja alter wirst du dreimal gestanden dreimal ok ja hm ich sag euch aber besser nicht auf welchen spiel jetzt gerade die zombies stehen ok beginner hahaha ja gut aber ich bin ich hab keinen bock auf eine weitere round waren es aber beim renntag auch auf beginner weil ich möchte dass man das schaffen kann ja das hätten wir auch bestimmt geschafft ja